Musik Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in Münsingen. Münsingen ist eine kleine Stadt mit einem guten Dorfgeist. Münsingen ist ein lebiger und innovativer Wohn-, Arbeits- und Freizeitort mit höherer Lebensqualität. Wir sind ein regionales Zentrum im schönen Aarental. Die Nachhaltigkeit wird in Münsingen gelebt. Das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft wird gezielt gefördert. Musik Mit diesem Film bieten wir euch einen Einblick in unsere attraktive Gemeinde. Im Zentrum des Aaretals gelegen, umgeben von intakter Kulturlandschaft und attraktiven Naherholungsgebieten, nahe der Bundesstadt Bern und der Stadt Thun, angrenzend ans Emmental, das ist die Gemeinde Münsingen. Berndeutsch Münsige. Die Gemeinde, bestehend aus den Ortsteilen Münsingen und Trimmstein, befindet sich auf 531 Meter über Meer und zählt rund 12.000 Einwohnende. Ein hauptamtlicher Gemeindepräsident sowie sechs nebenamtliche Gemeinderatsmitglieder, das 30-köpfige Parlament, diverse Kommissionen und neun aktive Parteien prägen das politische Geschehen. Als moderner Dienstleistungsbetrieb bietet die Gemeindeverwaltung der Bevölkerung täglich verschiedenste Serviceleistungen. Kundenfreundlichkeit und Kompetenz haben einen hohen Stellenwert. Über 5.500 Arbeits- und Ausbildungsplätze, unter anderem in ortsansässigen Industriebetrieben von nationaler und internationaler Bedeutung, bieten zahlreiche Möglichkeiten für qualifizierte Personen. Das leistungsstarke Gewerbe und die vielfältige Geschäftswelt tragen dazu bei, dass ein modernes Ortszentrum mit zahlreichen Einkaufsgeschäften besteht. Als selbstständige, öffentlich-rechtliche Unternehmung der Gemeinde Münsingen erfüllen die Infrawerke Münsingen den Auftrag, eine breite Kundschaft mit Strom, Wasser und Wärme zu versorgen. Höchste Priorität hat die Versorgungssicherheit. Schon seit den 80er Jahren betreibt Münsingen eine aktive, vorausschauende Energiepolitik. Als erste Gemeinde im Kanton Bern hat Münsingen 1998 das Label Energiestadt erhalten, sowie 2009 das Gold-Label erreicht. Das Label ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorleben und umsetzen. Mit den gut ausgebauten Schulzentren und familienergänzenden Dienstleistungen wie Kita, Tagesschulen, Musikschulen werden die meisten Bedürfnisse von Familien abgedeckt und ein umfassendes Angebot im Bereich Bildung geboten. Junge und ältere Menschen, Familien und Singles fühlen sich in Münsingen wohl. Im Gesundheits- und Altersbereich verfügt Münsingen über zahlreiche Angebote. Von diversen Arztpraxen über das Regionalspital Münsingen bis hin zum Psychiatriezentrum Münsingen bietet sich eine umfassende medizinische Versorgung. Das aktive Vereinsleben und ein breites Sport- und Kulturangebot wird mit einer guten Infrastruktur unterstützt. Über 100 Vereine bereichern mit ihren Aktivitäten das Leben in Münsingen. Schöne Naherholungsgebiete liegen in nächster Umgebung. Die Aare-Landschaft mit dem Parkbad, die umliegenden Wälder mit den Feuerstellen, die vielfältigen Sportanlagen sowie die zahlreichen Velo- und Wanderwege bieten Erholung vor der Haustür. Für das leibliche Wohl sorgen die Münsinger Gasthöfe und Restaurants, welche für ihre hohe kulinarische Qualität bekannt sind. Als Verkehrsknotenpunkt im Aaretal steht das Miteinander aller Verkehrsteilnehmer im Vordergrund. Ein besonderer Pluspunkt ist der gut ausgebaute öffentliche Verkehr mit Bahnanschluss, Regional- und Ortsbus. Sie sehen, Münsingen ist eine attraktive und aktive Kleinstadt mit einem guten Dorfgeist und hoher Lebensqualität. Und wo einSu Mai war. Wie geht es um ein Suocpital? Wie geht es um ein Suocpital?